Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PixelGun3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Es hat ja ein PixelGun3D Update gegeben, deswegen gibt es jetzt hier auch wieder diese neue Lotterie oder wie man das auch immer hier nennen will, wissenschaftliches Labor nennt sich das Ganze. Aber was ich viel cooler finde und wo ich lange gebraucht habe, dass ich es erst gefunden habe, sind die Skins, da ist mein Herz gleich, ja, da hat mein Herz höher geschlagen Leute, denn ich bin ja schon von klein auf ein riesengroßer Pokémon-Fan, denn Pokémon war eigentlich mein erstes Spiel, was ich so richtig gespielt habe. Pokémon Gelb war das damals am Game Boy Color, war mein absolutes erstes Game, mein erstes Videospiel, was ich jemals gespielt habe, habe ich damals zu Weihnachten bekommen und ja, seitdem bin ich eigentlich ein riesengroßer Pokémon-Fan. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, als ich, ja, in die Skins geschaut habe. Eigentlich habe ich ja einen Skin davon schon bekommen bei der Glücksdrohe, aber Leute, es gibt jetzt Pokémon-Skins. Es gibt Pokémon-Skins bei Pixel 3D und das ist einfach megamäßig. Und zwar müssen wir dazu hier in die Skins und ich habe ja letztens alle Skins gekauft. Da habe ich mir gedacht, yes, ich habe alle Skins und auf einmal gewinne ich noch einen Skin beim Glücksdreh. Und da denke ich mir so, hä, da kaufe ich extra alle Skins und dann sind wieder welche da. Aber Leute, schaut her, da unten sind sie. Es gibt jetzt endlich Pokémon-Skins und das ist mega nice. Es gibt nämlich ein Glumander, heißt hier Feuerechse, dann gibt es ein bisschen Samen. Das Ganze heißt hier Blumenfrosch und dann gibt es auch noch Shiggy, die Wasserschildkröte heißt sie hier. Und den Pokémon-Trainer, was so, das ist, das ist einfach mega cool. Mega, mega, mega cool und wir werden uns gleich mal den Pokémon-Trainer kaufen hier, Leute. Und ich hoffe, der ist auch angelegt. Denn ja, ich bin jetzt Ash Ketchum und es wäre eigentlich auch cool, wenn es so einen Mode geben würde, wo man Pokémon fangen könnte. Ich habe ja Pixel gern, wo man statt einer Waffe einen Pokébar auf Pokémon werft. Das wäre nice. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Und ihr habt mir auch letztendlich in die Kommentare geschrieben, Hey Danny, du hast ja gar nichts hier angelegt. Ähm, deswegen müssen wir gleich mal hier was anlegen. Erhöht den Schaden der Zusatzwaffe. Nein, ich will oben nichts tragen, sonst sieht man meine Cappy nicht. Und da will ich auch nichts tragen. Ich nehme nur einen Umhang mit, Leute. Ähm, welchen legen wir hier an? Scharfschutzumgang. Erhöht den Schaden der Kopfschutz mit Waffen mit Scharfschutzkategorie. Beschleunigt die Nagelzeit. Ja, das nehmen wir gerne. Und was nehmen wir für Stiefel? Irgendwas ermöglicht Doppelsprung. Erhöht den Schaden der Raketen. Aha, beschleunigt die Bewegungsschutzkategorie mit Waffen. Nehmen wir auch. Wir sind jetzt der volle Scharfschütze hier, Leute. So, da haben wir alles angelegt. Jetzt fällt der Skin zwar nicht mehr so auf. Die Maske lassen wir auch noch. Nein, komm. Scharfschutzmaske. Hört die Scharfschutzkategorie. Ignoriert, wenn du... Okay. Legen wir auch an. Und dann nehmen wir noch einen Hut mit. Gibt es da auch irgendwas mit Scharfschützen? Bewegungsschutz... Nein, nein, nein. Große Chance, Kopfschutz zu ignorieren. Ach komm, den musste ich kaufen. Sonst habe ich wirklich alles außer den. Na gut, dann legen wir oben nichts aus. Wir haben ja schon unsere Brille. Und wir haben auch VIP. Ich habe letztens beim Glücksdreh zwei oder dreimal VIP gewonnen. Also nicht beim Glücksdreh, sondern beim wissenschaftlichen Labor. So, aber jetzt wird es Zeit. Wir gehen jetzt in einen Teamkampf, Leute. Ich würde sagen, wo sieht das am besten aus? Himmelsinsel... Ja, Himmelsinsel hört sich auch irgendwie nach Pokémon an. Ja, bei den alten nicht. Aber bei den neuen weiß man ja, was da schon alles gibt. Irgendwann habe ich aufgehört. Pokémon Pearl war wirklich noch das letzte, was ich so richtig gesuchtet habe. Und da kann man eigentlich auch gut snipen. Deswegen ist es eine gute Map, Leute. Oh! So, der ist mit dem Dämon da raufgetrogen. Aber da drüben ist auch einer. So. Nein! Verdammt! Die Gegner sind sogar vorne. Das gefällt mir gar nicht gut, muss ich sagen. Das gefällt... Okay, war der Dämon vielleicht vorher ein eigener? Wow, 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 wow. Was macht er da? Chillen hier? Chillen? Mit dem Bug chillen oder was? So, ich nehme hier mal den hier. Ich nehme hier mal den Melch. Da bekomme ich von Schaden her. Nur wo? Ah, da oben ist einer. Treffe ich den? Ja, den treffe ich sogar. Und da ist der Kill, Leute. Da ist der Kill. Na gut. Der wird da hinten wo rauskommen. Und da ist er schon. Da ist er schon. Da haben wir noch einen Kill. Es steht 5 zu 3. Wir haben aufgeholt. So, war das ein gegnerischer Sniper. Sieht fast danach aus. Nochmal ein Kopfschuss und wir gehen ins Baumhaus. Wir gehen ins Baumhaus. Hey. Kommt ihr da rauf? Kommt ihr da rauf? Kommt ihr da rauf? Das ist ja weg. Das ist ja weg. Das ist meiner, oder? Ja, das ist ein Mitspieler. Das ist ein Mitspieler. Und ich finde die Musik so beruhigend. Dann schießt man auf andere. Und dann ist so eine beruhigende Musik. Oh, wieso bist du abgerutscht? Bum, weg mit dir. Haha, mehr Verkill. Und ich bin in diesem Match noch gar nicht gestorben, oder? Ich bin noch gar nicht. Wow. 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 Ohoho. Nein, nicht. Aua. Da habe ich natürlich zu früh geredet. Komm. Yes. Das war nur ein Unterstützungskill. Aber na gut. Und da ist noch ein Gegner. Da haben wir den Kill. 14 zu 11. Kann man sich nicht beschweren, Leute. So, wo sind die lieben Gegner? Jetzt bin ich im Match-Modus. Und da sind keine Gegner. Das mag ich nicht. Kommt. Kommt her. Kommt her. Wo seid ihr? Ah, da ist einer. Nein. Verdammt. Der Dämon hat mich hier gekillt. Komisch, weil der Dämon kann ja eigentlich nur Nahkampf. Und dann macht er mich hier im Fernkampf kaputt. Aber gut. Das schwören wir uns nicht. Das kriegst die ganze Dämon kennen wir alle. Wow. Da sind zwei in der Luft. Huch. Der hat hier mein Haustier. Oder war das doch ich? Die Geisterlaterne ist eigentlich auch gut, um Gegner abzulenken. Denn sie sehen da meistens dann nicht durch und man weiß nicht, wo der Gegner dann steht. So 23 zu 16. Ich glaube, das ist für uns gegessen, würde ich sagen, Leute. Ich meine, es sind noch 35 Sekunden. Da werden die nicht mehr aufholen können. Und da unten bleibe ich jetzt stehen. Oh, ein Panda. Süß. Den hätte ich noch nie bemerkt, hier auf dieser Map. Ah, da wollte ich absnipen. So bleibst du nicht stehen. Ist das ein Gegner? Ne, das ist ein freundliches Inter. Tierbändiger. Okay. Anscheinend hat hier mein Tierchen jemanden umgebracht. Aber, ja gut. Das war es. Sechs Sekunden noch. Wir sind, haben gewonnen. Wir sind, haben gewonnen. Das war wieder mal in Deutsch. Ah, war das ich? Ach, come on. Wir sind nicht Erste in unserem Team. Oh, komm. Schade. Aber wir bekommen jetzt trotzdem 40 Erfahrungspunkte wegen dem VIP-Bonus. Und wir bekommen ja auch schon das Doppelte von unserem, weil wir zum ersten Mal diesen Modus heute spielen. Dann bekommen wir nochmal das Doppelte wegen VIP. Das sind deswegen 40 Erfahrungspunkte. Schade, dass ich nicht Erster geworden bin. Dann hätte ich jetzt 60 Erfahrungspunkte bekommen, die ich eigentlich gut gebrauchen hätte können. Aber wir packen das jetzt ein. Und ja, anscheinend bin ich noch nicht Pokémon-Meister. Ich muss natürlich Erster werden, damit ich Pokémon-Meister hier werde. Deswegen probieren wir gleich mal ein Deathmatch. In der Atomstadt, die mag ich eigentlich ziemlich gern. Da kann man gut snipen. Wenn ich jetzt schon so auf Snipen aufgelegt bin, dann machen wir das. Bam. Das hat zwar lange gedauert, aber wir haben den Kill. Wir haben den Kill. Nein. Wie geht denn er ab? Er ist nur herumgesprungen wie so ein Dummy-Ball. Ha. Und ich habe auch viele neue Gadgets, Leute. Die sollte ich auch mal alle ausprobieren. Dammt. Oh, da hat jemand die neue Waffe. Da hat jemand die neue Waffe. Dreifach Kill. Wir sind hier zwar gut dran, Leute. Aber nicht ganz so gut noch. Du bist mal weg. Der ist nur so ein Störefried da oben. Wer ist das? Hör auf. Ah. Schade. Wir sind Fünfter. Okay. Der war leicht. Was ist mit ihm los? Wieso springt er so viel? Wieso springt er verdammt nochmal so viel? Dich hole ich jetzt. Ha. Habe ich den? Ja. Nice. Scharfschütze. Da habe ich jetzt den Erfolg bekommen. Komm. Schneller nachladen. So. Fünf Sekunden noch. Okay. Ah. Jetzt sind es fünf Sekunden. Was rede ich schon wieder für einen Blödsinn? Eieiei. Turnier abgeschlossen. Wir haben trotzdem sechs Pokale bekommen. Besser als Minuspokale. Und ja. Wir bekommen jetzt erste Spielbelohnung. Und dann auch noch 40 Erfahrungspunkte und acht Münzen. Gar nicht mal so schlecht würde ich hier mal sagen. Gar nicht mal so schlecht. So. 348 Münzen haben wir. Dann kaufe ich mir schon bald eine neue Waffe. Die ihr mir hier empfohlen habt. Leute. So. Wir gehen hier mal zurück. Was wollte ich schauen? Genau. Wie viele Erfahrungspunkte wir noch brauchen? Wir haben momentan 125. 400 brauchen wir. Um ein Level Up hier zu erreichen. Leider kann ich heute in der Lotte. Lotterie mir keine Preise mehr holen. Dann müsste ich überall Juwelen zahlen. Und das ist richtig teuer eigentlich. Und ich weiß auch nicht, ob die Waffen wirklich so geil sind, dass man sie jetzt unbedingt haben muss. Na gut Leute. Wir sind nun Pokémon Trainer bei Pixel Gun 3D. Was ich ziemlich cool finde. Ich finde, ich feiere die Skins wirklich. Ich feiere das wirklich. Nur sie könnten besseren Namen haben. Ich weiß nicht. Zur Glutechse würde ich schon mehr an Gluman daran kommen als Feuerechse. Aber wir alle wissen, an was das Ganze anspielt. Deswegen finde ich es richtig cool. Ja Leute. Vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben geben. Tut keinem weh. Wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Macht's auf alle Fälle gut. Und haut rein Leute. Ciao.